Was ist die Grenze? Ja... Kurzes Pechberg. Was hast du einfach aus der Küche? Was hast du einfach aus der Küche? Jetzt muss die Flachlauchung Ja... Was ist die Leiter? Ich kann mich auch gleich lauter nach der Küche Ja... Ja... Ich kann mir jetzt nachholen Ja... Das kann irgendwer an den Bulls benutzen Ah, Mann! Achtung, Achtung! Jetzt kann ich nicht mehr los sein! Das ist heute schon los! Ich kann ja nicht mehr los sein! Alles hat mich los! Das hat mich lieber zu Hause! Ich könnte vielleicht jetzt noch weg, oder? Ich dachte, er müsste es auch noch mehr! Naja, aber ich muss nicht sagen. Hä? Fegelsäufer. Ja, Fiss. Ich hab Fegelsäufer. Ich hab Fegelsäufer. Wir Fegelsäufer schon, wirklich. Aber ich muss den Vögel an die Kamera, das ist ganz ungleich. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Man gönnt sich ja sonst los, du. Das hast du jeden Tag, ne? Boah. MANN! Was kommt da jetzt schon oben? Drei Mal hab ich ihn im Dreck wie hier heute. Maxfield. Wem ist denn der Ruf? Lukas? Von mir, ja. Ich hab einen Kiel. Wir haben ja. Ich hab einen Kiel. Das ist wohl eben. Der liegt dann wieder eben. Die ist überraschend. Nee, die tippen hier, das weiß ich nicht mal. Die sehen hier, das bleibt nicht mehr. Die sehen hier, das bleibt nicht mehr. Nö. 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 Money. Nö. Oh, ich hab einen richtig geilen Afrikaner-Witz, Alter, da muss ich nur noch lachen. Was kriegen Afrikaner zu Weihnachten? Heilschock. Hunger. Und was kriegen dann zum Geburtstag? Oh ja. Noch mehr Hunger. Ey, was hier holt der mich denn? Voll mal. Achso, ey. Mein Güter macht wieder gar nichts. Denkt sich nur so. Ich bin der Wietzoll, ich bin auch dabei. Ja, auch wenn ich ja wieder auf mich bin. Ich hab's nie überhofft das, ey. Mann! Hey! Oh, der ging richtig aufs Handgelenk, der war richtig auswut, oh, das hab ich hier. Ja, klar. Lass mich halt. Ey, zum Glück, zum Glück ist das kein Armbruch, Alter. Ich hab' auch schon bestimmt drei Stück, Alter. Ich hab' auch mal eine Winde raus, wo ich mich nicht in Deckmots, ich hab' auch Lobby geschmissen. Wenn ich außerdem fünfmal in Folge nacheinander eistert, ich hab' die Deck zum Not-Ats-Schneider selber. Kann's ja, ich brauche. So? Klar, wenn du so viele Teammates abschneiden. Nein, das stirbst du selber. Wenn ich da nur selber schaue. Ah! Ja, jetzt vielleicht mit dem, äh, Smart Call of Duty. Ja, das ist das so. Ich dachte, eh. Ja, das ist das so. Ja, ich hab' auch nicht. Ja, ich hab' auch nicht. Ah, shit, der Ball noch, Alter. Oah, geht's ins Büro, am Fenster. Lackxo, wer bist du? Ah! Nee, läuft, 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 läuft gerade nicht, läuft gerade nicht. Was ist denn mit dir? Nee, läuft gerade nicht. Ich hab schon genug gespielt für heute, Alter. Ey, Lukas, wenn ich gut gelaunt bin, kann ich kein PS4-Zock für das Problem. Oh fuck, Digga, was war denn jetzt los, Alter? Ich bin richtig gut gelaunt. Ich muss sagen, das ist die erste Runde. Komm jetzt durch! Lauf weg! Ah, nein, der geht natürlich direkt auf uns Dreiergesicht, Alter. Deswegen, ich wollte sagen... Alter, wo kommt der denn her? Mitten in der Welt war der. Ja, stand da, Alter. Deine Mutter, Digga, deine Mutter hat dein Uri. Das gibt's doch nicht! Mann! Ich hör's einfach nur von dem Team aus dem Fenster geholt. Junge! Oh ja, sein Team ist nett, Alter. Alter, ich geh jetzt raus. Ich geh jetzt raus. Digga, chill mal! Die Runde hat richtig gut... Ey, Junge, was ist denn das jetzt? Ja, die Runde hat echt geschickt. Ey, Mann! Nie, der ist irgendwie rot. Die Runde hat mega gute Start. Jetzt ist es völlig vorbei. Was für Helikopterschlürze? F*** dich! Dass wir alle einfach raufschießen, einfach raufschießen. Jalla, schießt auf den Elis. Jalla. Du Hurensohn. Mit deiner Claymore. Du Dreckiger. Du Hurensohn. Man ey! Mit deiner Claymore, du Hurensohn! Ich vergis einfach weil du Hurensohn unbestimmt, aber ich würde ihn gar nicht mehr hoch. Ich hab echt schlapp, Alter. Ey, ich hab sie in die Tür. Was ist denn hier? Kack, Alter. Mann, Mann, der ist immer noch da oben, du. Ja, na klar. Nächste will ich auch so. Ich hab jetzt noch auf, ey. Mann, ich hab ihn nicht gesehen. Ey, Junge. Ja, kracht, kracht. Immer noch beim Büro. Na klar. Man hat uns hier ne Runde, aber der schlechteste Kampf. Mein Gott, der durch. Ich habe keinen Sinn gesehen. Oh, wirklich witzig. Oh, wirklich witzig.